Der Feind ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marzdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleiben im Raum, Keiter, Jürgen, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt Sie? Das hier ist Magen, Sie meinen Befehl zu widersetzen! Oh, weit ist das einfach gekommen! Der Militär hat mit Verlogen! Jeder hat mit Verlogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist nicht zweit als ein Haufen niederprestiger, treuloser Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblühen... Nicht als Feindlinge! Verreicht, ein Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmolz des deutschen Volkes! Sie sind ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang hat das Militär mal eine Aktionen nur verhindert! Es hat mit jedem nur ein fischlichen Widerstand in den Weg gelenkt! Ich hätte gut daran getan, um Jahre alle Höheroffiziere registrieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie! Und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt! Ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volke! Aber alle diese Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen! Aber es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie meine Herren glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, irren Sie sich der Fall dich! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen!